Wir sind hier heute auf der IBC in Amsterdam und ich stelle die EGFX Breakway Box 550 vor. Die Breakway Box ist eine Erweiterung für eine Grafikkartenerweiterung für den MacBook Pro. Man kann da im Prinzip jede beliebige Grafikkarte einbauen und dadurch die Grafikleistungen von Mac-Computern erweitern. Man kann damit Apps wie DaVinci Resolve beschleunigen und dadurch 4K Videodateien bearbeiten. Das Schöne an der Breakway Box ist, sie lädt gleichzeitig den Computer. Man braucht also kein zusätzliches Netzteil, um den Computer zu laden. Mac OS High Sierra ist momentan in einer Beta-Phase. Früher 2018 wird das Ganze offiziell released und dann kann man im Prinzip jede Grafikkarte an seinen Mac-Com zu lösen. Eine weitere Neuheit, die wir dieses Jahr haben, ist der EGFX Breakway Pack. Es handelt sich hierbei um eine kleine mobile externe Grafikkarte und um das Ganze mal mit der Breakway Box zu vergleichen. Die Leistung ist ähnlich jetzt in dem Fall. Hier ist eine Radeon RX 580 Grafikkarte eingebaut und hier handelt es sich um eine RX 570 Grafikkarte, die ähnlich schnell ist. Mit dem matrices zu sollen. Musik 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 Musik